Wir stehen jetzt gerade hier beim Glacier 3000 auf dem Col de Pilon. Was haben wir bezahlt, Schatz? 158 Schweizer Franken, das sind 143 Euro. Und fahren jetzt auf dem Berg für 143 Euro und das ist echt nur ein Haufen Geld. Wir hoffen, dass sich das lohnt. Musik Musik Oh, ich bin ein Mann. Ich bin total außer Atem. Ich bin vor so einer Gruppe Japaner hier hoch geflüchtet. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es ist mega. Es ist total granios hier oben. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es war echt ein Haufen Geld, aber es ist grandios hier oben und es hat sich echt richtig, richtig gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt.